Weil ich es wichtig finde, dass schon Schüler etwas über gesunde Ernährung erfahren. Und ich finde es wichtig, dass sie aufgeklärt werden, was eigentlich in unseren Lebensmitteln drin ist. Ich habe jetzt bei euch hier die Esskultur aufgebaut. Das ist ein Stationen-Lernprogramm. Es gibt fünf Stationen, an denen ihr unterschiedliche Aufgaben zu lösen habt, die alle mit gesunder Ernährung zu tun haben. Ich glaube, dass es sich einfach ins Bewusstsein einprägen wird und sie nicht gleich morgen ihre Ernährung umstellen, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle kritischer miteinander umgehen, mit diesem Thema umgehen. Und ich hoffe auch für den Sportunterricht, wenn wir das Thema dann mal thematisieren, dass da noch einige Spuren bleiben. Ich klinge ja motiviert. Scheiße, ist das gerade auf? Wacht, 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 die Kamera aus! Ich teste gerade den Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salzgehalt, sowas von Eierwaffeln. Da finden wir eine ganze Menge über Nahrung raus und wie wichtig Ernährung ist und was die richtige Ernährung ist. Bitte! Für den einzigartigen Hanuta-Geschmack verwenden wir fein herbe Kakaocreme, knackige Haselnüsse aus eigener Röstung und knusprig gebackene Waffeln. Und weil wir das seit 50 Jahren so machen, können wir das auch richtig gut.